Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless, da war er wieder hier und heute geht's mit Kumpel Beutel of Customs. Es war Ende der letzten Season, kurz vor dem Vibe sozusagen. Es hieß alles raushauen, was man noch im Stash hatte und ja, war eigentlich ein angenehmer Rate, hat Spaß gemacht und ja, zieht's euch rein. Viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Senseless, bis dahin, tschüssi. Also Bühne rein. Ich würde gleich hinten Big Red reinrennen. Ich meine Lampe an? Nee. Was ist das für komische? Lichteffekte. Ich gehe hier vorne zur Seite rein, zum kleinen Brustbruch. Kumpel. Husten... Z und dann gehen wir wieder raus rutscht doch wie sonst angehalten ist ja noch dort waren zwei glaube ich glaube die sind rüber gerannt immer froh bist du ja gerade durch die mauer ich habe keine kanaden mehr shit ja die sind rechts von uns okay ich hau mal hier so ein ding dran ist hier ist er knarre leer ja der guckt hier über die schiene pass auf der liegt so jetzt ruhig mir das arschloch ich komm mit ich schieße noch mal eine granate runter okay er hängt hier noch mit dem bush und heizt sich jetzt da ist er nicht nachladen hast du er ist links ja genau links von dir ich höre ihn doch ich bin komplett leer ich muss erst mal 90 schuss nachstrecken ok gerade links genommen hast du liegen ja ok wo ist mein scheiß magazin ach er hat es reingetan ja sehr gut ich hab gerne gedacht jetzt habe ich ja wieder granaten granaten platz ich kann ihn aber nicht mal lieben mehr nicht so ungünstig einfach bestimmt einer schon ab drüben bin ich verletzt oh ja stimmt die haben mich ja getroffen oben das ist gar keine muni mehr ja hoffe ich auch aber es ist man munkelt dass sie wohl sowas wie loot knappheit einbauen wollen so ähnlich wie jetzt am anfang diese benzin knackheit lassen wir uns mal am besten überraschen ich bin mehr gespannt auf dieses karma von dieses gef karma check mal kurz ich sehe es rüben jetzt erst mal kämen ich muss mal schnell gucken ob der granaten hat ah ja ich brauch einen muni nein stopp hör auf auf zu suchen nein stopp hör auf auf zu suchen ja ein splinter dann hat ihn wer für muni gehabt weiß ich noch nicht ich gehe mal kurz hier oben gucken nein wenn ich doch jemand mit dem granaten zerrissen haben alter was bastelt er mir da für eine scheiße rein ich bin mir nicht sicher aber ich hätte schwören können dass es nicht wo ist denn jetzt das mecken alter nirscher tuk m95 verschießt er ah der feine herr was brauch ich so was brauchst du ja warte dann schmeiß ich es dir hin ja warte mal warte mal matze ich bin hier nochmal am big red und ich habe irgendwie das gefühl in die schritte gehört zu haben naja ich komm ich komm zurück es ist mir wird zu heiß ich hau dir immer noch bisschen was in die magazine schmeiß da dann mal zwei magazine hin danke ich komm angerannt ne mhm ich hänge unten im gebüsch mhm keine granaten da klauen was ist das hier sv98 ist das zeug oder was ne 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 nicht auf dem kram ich schmeiße die weste hin da sind magazine drin ah ok dann schmeiß ich raus 737 war ja ah na gut ja aber brauchst du jetzt auch nicht mehr da ich hab's doch aufgenommen ja brauchst du doch warte mal war auch was ich wollte mal rüber rein ne 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 wra second ich werde mal rüber rein unten erschossen Rechts, links, geradeaus, hier durch. Hatte der Granaten für dich am Start? Also ich habe vier Granaten verschossen. Ich habe glaube ich acht oder so. Hier rechts. Okay. Ich gehe Richtung Busch. Okay, ich komme von links dann. Da war schon gelootet, die Leiche, im Busch. Echt? Hier loodert noch jemand? Siehst du links einen hoffen? Nein. 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 Hallo, es ist richtig. Ich bin von Vorkenhöhe. Ja, ja. Bist du oben rein? Nein, ich komme mit unten rein. Ja, ist die Tür auf? Ja, ich habe glaube ich gerade der Tür auf dem. Ich bin jetzt hier angezogen. Ich habe etwas zu sagen. Es ist hier aus dem Haken. Sie haben auch ein bisschen zu sagen, ich habe einen Haken. Dann können wir jetzt wieder so etwas damit messen. Ich habe gerade den Hafer der Natur. Das war besonders gut. Die Haken machen jetzt ein bisschen aus. sind schon durchgepässt wie die kloppten grüß dich ja es ist jetzt auch der letzte red watch out noch ein bisschen spaß gemacht am letzten abend und freuen uns übelst auf morgen so ich komme wieder raus kommen treppen und am hinterausgang also okay also vorne raus keine granaten mehr wir hinten ins kleine kappel guck mal hoch also die treppen hochkommen das ist schon ein bisschen gruselig find ich kannst jederzeit ein headshot du kannst ja bloß in eine richtung gucken ich komme vorne wieder runter hier ist auch schon alles gelootet ja die sind natürlich aber wieso die noch gucken wir mal wo die guest station wo bist du ich bin der mittlere bruder hier ich bin aber auch irgendwas zu trinken zufällig ach armer kerl nee jetzt trinken habe ich auch gerade gut eigentlich müsste doch hier in fort noch oben was zu trinken sein ich habe nicht geguckt oben ach komm wir brauchen nicht wir sind gleich draussen so oder so eigentlich eigentlich ich habe jetzt ein falscher scop aber den hund habe ich noch schön weg gemacht wo kam denn die granate her alter leck mich doch manchmal noch eine schießerei das war sogar ein spiel aber das war auch ein spieler ich dachte dass das war ein raider oder sowas ja jetzt die granate geschmissen sein kumpel aber wo bleibt der kumpel also der war wahrscheinlich auf den schienen bekommt keiner naja dann pushen